Das ist jetzt Part, ähm, sagen wir das, Part, Part 5. Und ja, sie schlafen eigentlich schon. Ja, sorry, ich habe vorhin Angst machen. Und ja, sie geht jetzt auch schlafen. So. Bis morgen. Ah, heute stehe ich mal wieder raus. Oh, ich habe meinen Wecker auf 6 Uhr angestammt. Okay, das ist ein. Heute muss ich auch nichts essen. Oh, ich tue mal 10 Uhr. Ich tue mal 10 Uhr. Oh, ich tue mal 10 Uhr. Aufwachen, äh, morgen, morgen. Du musst heute das anziehen, du hast es versprochen. Versprochen. Vielleicht tue ich schon Angst. Na, da müssen wir nicht mitnehmen. Mama, wir tun schon Essen, tun es selber an. Okay. Und wann müssten wir heute schon wieder am 6 Uhr aufstehen? Ja, ich weiß selber auch nicht. Oh, wir haben vergessen in unserer Wohnung den Milch. Oh, ich bin auch nieder. Oh, ja, ich auch. Aber wir müssen so früh aufstehen. Ja, ich weiß. Oh. Slum ist nix geworden, okay. Scheiß, egal. Das ist nicht mein Slum. Wohl muss ich noch 24 Stunden. Ähm, wo ist der andere da vor? Ich weiß nicht. Was ist denn hier schnell weg? Ähm, was essen wir heute? Keine Ahnung. Wir gehen mal gucken. So eine gute Idee. So. 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 Ja, wir tun es nicht abwaschen. Mama, wir gehen schon in die Schule. Okay, tschüss. Die Mama hat so geschaut. Eigentlich sind sie wirklich... Los geht's. Ich habe eine große Idee gemacht. Nein, doch. Ach, am Morgen. Morgen. Warum tut ihr immer das anziehen, was das... Ja, und mir gefällt das. Und mir auch. Sieht so geil aus. Also die Tektorin ist jetzt eure neue Schule. Wenn weil ich bin, ich sterbe. Okay. Ja, und das ist mein Tanz gewesen. Okay. Ähm. Und meine Takt schnippt. Okay. Okay. Egal. Okay. Äh. Ihr geht jetzt raus. Äh, warum ist euer Test? Wir wollten wegwerfen. Ja. Okay. Wegwerfen. Wir gehen jetzt raus und tun euch etwas anderes anziehen. Also folgt mir. Also Schüler... Also Schüler... Sind das alles? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Okay, alle sind das. Also Schüler, ihr geht jetzt euch umziehen. Oh ja, sorry Leute. Die machen wir weg, weil die haben keinen Platz mehr. Ich bin ja nur raus. Oh mein Gott, ich freue mich so mega. Ja, ja, ich auch. Ah, und schade euch das. So. Welkomt eure Eltern. Ähm, unsere Eltern kommen heute nicht. Also sitzt euch da hin. Ah, ich muss halt da sitzen. Also hier. Ja. Ähm, wir holen schnell mehr Menschen. Sie müssen halt zugucken. Hi, Beth. Hi. Ähm. Ja, und diese Schüler, ähm, gehen jetzt weg von hier. Sie werden arbeiten. Also wir fragen jetzt alle, was arbeiten sie. Ich werde Automatiker. Ich werde Tierarzt. Ähm, ich werde Bibliotheker. Ich werde Tierärztin. Ich werde auch Automatiker. Aber einfach als Mädchen. Also warte, nein. Nein, ich werde Eisverkäufer. Nein. Ich werde Roboverkäufer. Ja, ich auch. Ja, und jetzt könnt ihr klatschen. Yeah. Mein Schädchen werdet Tierärztin. Und keine Ahnung. Robo. Yeah. 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 Oh mein Gott. Und ja, ich könnte jetzt gehen. Okay.